Die Völkerwanderung geht weiter. Täglich kommen bei Nickelsdorf im Burgenland tausende Asylwerber nach Österreich. Wie viele davon nach Deutschland weiterziehen, konnten wir nicht herausfinden. Die Salzburger Polizei gibt an, es nicht zu wissen und wir sollten uns im Innenministerium erkundigen. Auf Nachfrage im Innenministerium wurde uns gesagt, dass das Verteidigungsministerium die genauen Zahlen hat. Als wir dort nachfragten, hieß es, wir werden zurückgerufen. Auf diesen Anruf warten wir schon über eine Woche. Offensichtlich ist es nicht gewünscht, dass die Presse die genauen Zahlen erfährt. Sollte es aber so sein, dass nicht einmal das Innenministerium die Zahlen kennt, ist das sehr bedenklich. Da die Flüchtlinge ja nicht einmal registriert werden, wer sie sind, woher sie kommen und was sie hier genau erwarten, finden wir es schon sehr interessant, dass wir zwar die Zahl der ankommenden Flüchtlinge erfahren, aber niemand uns sagen will, wie viele davon Österreich wieder verlassen. Deshalb haben wir uns an der Grenze wieder umgesehen. Die Bundesheergewerkschaft auf, verteilte Energydrinks und Süßigkeiten, um die Kameraden an der Grenze zu unterstützen. Mit Flüchtlingen haben wir auch gesprochen, wobei wir feststellen mussten, dass die meisten nicht einmal genügend Englisch sprechen, um sich verständlich machen zu können. Damit dürfte die MEA von den vielen gut ausgebildeten Facharbeitern, Ärzten, Ingenieuren und Hochschulabsolventen, die da kommen, zumindest für heute widerlegt sein. Jeder, der vor Verfolgung und Krieg flüchtet, hat ein Recht auf Asyl, egal welche Ausbildung und Fähigkeiten er hat. Aber wenn wir immer wieder hören, dass die meisten gut ausgebildet sind, dann fragen wir uns schon, wem das nützt. Wir haben auch versucht, mit den Flüchtlingen zu reden. Die Fragen waren, woher sie kommen, nach den Gründen ihrer Flucht, und welche Erwartungen sie in Europa haben. von Syrien. Und Homs. 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 Homs? Homs. 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 Das ist die Flüchtlinge. Das ist die Flüchtlinge. Ruta 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 Wir sind Palästina 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 und Syrien Where are you going now? I will go to Germany Germany Deutschland Holland What do you expect there? What do you expect when you go there? Yes What do you Good life or what do you think? Germany Germany I will stay in Germany Holland Netherlands Netherlands Good My family is My family is in Netherlands 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 It's cold huh? Very cold Very cold Serbia Very cold But here is even colder It's cold Winter coming now Eight hour Eight hour in Serbia under winter Under winter? Snow? Eight hour You have been freezing huh? Very very cold Syria hot Syria is now 26 degrees So Poland Much colder than here Sweden 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 Oof Do you speak English? Yes Who is good English speaking? Yes Good Who speaks English good? Good way Good way no? I have some questions Come here You speak English? Yes No 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 Nobody speaks English Of course Where do you want Where do you want to go? Vienna Vienna You want to go to Vienna? Yes To stay in Vienna You want to go further away? No No Germany 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 and Sweden Germany and Sweden Germany and Sweden Family in Vienna You want to stay in Vienna? Go trip Germany You go to Vienna And you go to Vienna Vienna Family Who is family? All of you? Yes Yes Okay This is wife? Yes Mother 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 And son? No I am sister Ah okay And she is daughter? Yes Ah okay And husband Ah okay Good How many children? Five 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 Okay So you stay in Vienna? TV 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 CCM 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 What is your name? What is your name? My name is Hult What is your name TV? MTV is Internet TV Internet Yep My name is Sheba 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 Vienna Vienna very good Vienna Vienna better than Germany Vienna 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 very good Germany Cold Oh German Sweden nice Sweet cold Sweden very cold Scandinavia very cold Winter Winter Yes Yes Swiss Switzerland Switzerland like Austria 10 10 10 10 10 10 Hollander Holland good 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 Sweden 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 Viena 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 You know It depends what you expect When you expect culture Good culture Then Viena is good Germany Only money Only money Viena Viena Very personal Viena Very personal Viena Germany 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 Many, many, many Many, many Lot of people How long did you walk? How many days? 6 days 6 days From where? From Serbia? Turkey Turkey From Cambodia Serbia Croatia Hungary Nemza 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 is Australia Australia Loves Nemza 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 You have a man All cause Awe Querife der Freilachen Partei haben heute hier in Nickelsdorf einen Lokalaugenschein gemacht. Für mich war es halt sehr bedrückend zu sehen, wie schwierig die Situation an der Grenze hier ist. Die Truppe ist sehr motiviert und macht auch einen geordneten Abtransport der ankommenden Flüchtlinge. Was für mich aber irritierend ist, dass die Flüchtlinge nicht registriert werden. Man weiß nicht, wer jetzt hier zu uns nach Österreich kommt bzw. weiter nach Deutschland reist. Und das bedrückt mich schon, weil ja auch Gefahr davon ausgehen kann. Ich habe jetzt gerade unlängst einen Bericht im deutschen Fernsehen gesehen, wo ein Polizeigewerkschafter über die Zustände der Flüchtlingsheime in Deutschland berichtet hat, über Vergewaltigungen von Frauen und Kindern, von Machtkämpfen, auch von fast Versklavereien unter den Flüchtlingen. Und das hat mich sehr bedrückt und eigentlich auch ein wenig besorgt, weil dann auch die Frage aufgetaucht ist, nehmen die Flüchtlinge die Polizei ernst? Ja, war die an die Antwort die Polizei schon, aber nicht unser Rechtssystem. Und ich glaube, hier müssen wir auch mit voller Härte und auch mit Klarheit sagen, wer zu uns kommt, muss aber auch unsere Rechte und unsere Gerichte und unsere Polizei so ernst nehmen, wie es ist und auch sich danach halten. Ansonsten wird mit Abschiebung nicht nur gedroht, sondern auch gehandelt. Und das wäre, was ich mir wünschen würde, wenn jemand hier zu uns kommt, unsere Rechtssysteme nicht schätzt und nicht einhält, dann muss er auch wieder nach Hause gehen. Ja, am 21.09. war ich im Zuge der Parlamentarischen Bundesheerkommission. Als Mitglied der Bundesheerkommission war ich hier und habe mir erstmalig den Einsatz unserer Teile vor Ort angesehen. Und im Zuge dieser Besichtigung musste ich feststellen, dass es eigentlich zwei wesentliche Punkte gibt, die die Soldaten hier aus meiner Sicht brauchen. Und das eine war, das ist im Prinzip von einer Vielzahl von Soldaten gesagt worden, sie brauchen ein bisschen eine Zusatzverpflegung zu dem, was das Heer leistet. Und so sind wir heute eben hier vorbeigekommen und haben Energydrinks und Knabbereien und Süßigkeiten vorbeigebracht. Aber der wesentliche Ansatz eigentlich, den hier die Soldaten haben, nämlich die wesentliche Frage, es ist wie ein Fragezeichen über allen Köpfen der Soldaten, wann werden wir abgelöst. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, oder der Hauptaufgabe, den wir jetzt als Bundesheergewerkschaft, aber auch Personalvertretung hier in Anspruch nehmen sollten oder in Angriff nehmen sollten. Wir müssen jetzt der Druck ausüben auf die hohe politische Führung, den Bundesminister Klug, aber auch auf den Generalstab, damit der jetzt endlich Nägel mit Köpfe macht und zumindest einen Zeithorizont da eindeutig klarlegt, wann wird hier abgelöst. Der Bedarf ist natürlich einer dementsprechenden großen Vorbereitung. Es geht um die Frage, wird es die Milit sein, werden es Rekruten sein? All diese Dinge sind jetzt noch fertig in der Planung abzuschließen, aber die Soldaten hier, die eine ausgezeichnete und wirklich vorbildliche Leistung erbringen, die nicht nur unterstützen die Kollegen von der Polizei, sondern einen Großteil ihrer Arbeit mehr oder weniger abnehmen, die haben jetzt das Recht, dass ihnen gesagt wird, wann ihre Ablöse stattfindet. Und sei es Ende Dezember, sei es Ende Jänner oder Ende Februar. Aber der Soldat muss wissen, wann er in die Ablöse kommt, weil auch er Mensch, Staatsbürger ist hier in Österreich, Familie hat und auch Familienplanungen durchzuführen hat. Und diese Chance muss ihm die Politik geben, diese Möglichkeit muss ihm die Politik und der Generalstab geben. Und das ist mein großer Appell jetzt an die Herren der politischen, aber auch der Generalstabsführung. Und in diesem Sinne verlassen wir jetzt dann unsere Kameraden hier an der Grenze und werden uns schon überlegen, sollten sie zu Weihnachten noch da sein, wie wir sie im Prinzip mit einer Überraschung, einer Weihnachtsüberraschung mehr oder weniger dann so am 24. Dezember herum wieder überraschen können. Also ich glaube schon, dass uns da etwas einfällt, dass wir heute auch, oder dass sie auch sehen, dass wir von der Bundesheergewerkschaft und von der Personalvertretung auch in Krisenzeiten und sprich auch in Einsatzzeiten hier an ihrer Seite stehen und wir sie nicht vergessen und nicht alleine lassen. Wir, die Personalvertretung, sind ja ständig in Kontakt mit unseren Bediensteten. Ich war erst letzte Woche unten in Heiligenkreuz. Die Bediensteten geht es soweit gut. Sie sind toll vorbereitet für diesen Einsatz. Es gibt natürlich Anliegen der Bediensteten, die unterschiedlich sind. Aber das größte Anliegen, das die Bediensteten haben, ist der Ablösetermin. Es ist nicht schlimmer für einen Soldaten, wenn er nicht den Zeitpunkt der Ablöse erfährt. Und das ist jetzt die Forderung von uns, dass wir an den Minister herantreten werden, dass er einen Ablösetermin für diese eingesetzten Kräfte jetzt einmal vorgibt, damit die Leute auch, also die Bediensteten auch mit ihren Familien planen können, wann die Rückkehr ist, wann die nächsten Kräfte eingesetzt werden. Das ist jetzt einmal vorerst das Wichtigste. Der Einsatz läuft nach Auskunft unserer Bediensteten ruhig, besonnen runter. Es ist für uns, fürs Militär, sind solche Einsätze kein Problem. Das wird zur Routine, wie auch der letzte Assistenzeinsatz Routine geworden ist. Aber wir müssen auch jetzt versuchen, endlich Vernunft die Politik herzustellen, dass wir unsere Grundwehrdiener wieder dementsprechend ausbilden, sie auch hier einsetzen zu können. Es ist eine weitere Forderung von uns, den Grundwehrdienst wieder auf acht Monate anzuheben. Denn nur so ist gewährleistet, dass wir auch die dementsprechende Mannesstärke zusammenbringen, weil die kolportierten 12.000 Mann, die ständig im Einsatz sein können, die gibt es in Österreich derzeit nicht. Die gibt es nur dann, wenn wir unsere Rekruten mit einbeziehen. Die werden aber nicht mit einbezogen, weil die Order von ganz oben gekommen ist, keine Grundwehrdiener für diesen Assistenzeinsatz. Daher müssen wir die Forderung stellen, Anhebung des Grundwehrdienstes auf acht Monate und sofort beginnen mit der Ausbildung für diesen Assistenzeinsatz, dass wir regelmäßige Ablösen hier machen können. Weil nach Einschätzung wird dieser Einsatz nicht vor Weihnachten enden. Wahrscheinlich wird es auch das ganze nächste Jahr andauern. Und wir wissen nicht, wie lange dieser Einsatz dauern wird. Wir können uns noch gut zurückerinnern an unseren letzten Einsatz in den 90er Jahren, wo gesagt ist worden, nach vier bis acht Wochen ist der Einsatz beendet. Und wir waren dann schlussendlich über 20 Jahre im Assistenzeinsatz. Danke.